jo leute und damit willkommen zu tetris 99 ja ich habe mir jetzt auch mal endlich eine switch angelegt und zwar nur aus dem grund war jetzt in fünf tagen wenn ich hier ist aufnehmen pokémon schwert und schild kommt und ich richtig back auf das spiel habe auf die spiele und vorab nehme ich dann ein bisschen tetris 99 auf weil hier gibt es auch einen hintergrund irgendwie hatte ich gesehen und da das spiel kostenlos dazu gibt wenn du online modus hast dann passt das ja aber irgendwie ist die musik immer noch zu laut auf den ohren hat noch ein bisschen eingestellt so bevor ich aber viel quatsche würde ich sagen machen wir dieses dingster bomster wenn du an online kämpfen teilnimmst können einige spiel daten sowohl im spiel als auch auf der website veröffentlicht werden ja klar umsonst macht man das ja nicht ne gegnersuche würde sagen dass sie ein paar sachen mehr rausschneide kommt immer darauf an wie lange das läuft ich muss erst mal wissen wie die steuerung geht ja ich habe schon wieder vergessen oder war ich jetzt auch miteinander mit einem anderen controller spiel ich schon mal gespielt von meinem bruder auf der switch da hatte ich noch keine und da hatte ich aber nur den einzelnen controller immer und das ist halt anders wenn du den kompletten hast ja weil er halt diese halterung nicht mitgenommen hat fertig zufall warte mal aha so geht's so aha ok läuft natürlich die pros wieder dabei so wie immer ich brauche noch ein von denen hoffentlich kriegt davon rein nein die wollen mich verarschen war was für arschlöcher pokémon dddd wow meine güte war aber klar dass das nicht einfach wird mist ich habe doch nur zufall gewählt ach man ach komm das wird nichts mehr platz 85 noch punkte 100 stück brauchen wir neues spiel symbol ok dann machen wir mal noch mal bei fünf minuten noch mal ist legitim ich muss damit erstmal klarkommen sind doch alle da also kannst du auch losgehen aber wie die ganzen pokémon einfach die kästen sind na los geht's komm 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 hallo ja ich mache mich bereit bereit ich mache wieder zufall naja muss wissen wie das ging so schon mal nicht ich weiß nicht wie ich hier auf vorrat mache werde ich gleich noch rausfinden so du gehst erstmal da rein dann haben wir das noch weg das hauen wir weg warte mal leichter ko so es wird halt aber nicht immer tetris kommen also ok oben die schultertasse hab's rausgefunden bam so und wie die ganzen dinge da hin und her springen ok hier hin fuck das war meine schuld eben zack noch einmal so so den setzen wir erstmal da hin nein vergisst es machen wir den da rein so zack fertig also also habe ich gerade jemanden platt gemacht das ist gar nicht jub habe ich sieht man am symbol das dabei ist so machen wir das da rein das da nehmen wir den platzieren wir den da zack 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 den machen wir jetzt mal da hin so zack äh machen wir erstmal hier ist genauso kacke machen wir das erstmal so passt schon man muss halt echt sich konzentrieren deswegen würde man gar nicht so viel labern wie ich gerade zumindest ich versuche das dabei jetzt viel zu labern äh unter den 50 spielern also das ging schon mal besser jetzt so den setze ich da hin den da den da rein dann kann ich das so machen dann tue ich den da rein dann nehme ich den 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 zack dann hau ich den da mit rein jetzt wollen die es mir geben alle dann den da rein zack so den da rein den weg damit dann machen wir mal hier so zack zack hehehehe ich hätte schon gedacht dass ich verliere wieder mal ah ne das war doof jetzt naja setze ich den da ein mache ich ja mal so wow jetzt haben die es echt auf mich abgesehen gerade mal wieder äh weg damit so nein vergisst es und ich bin weg Platz 22 geht ja noch hätte viel schlechter ausgehen können so level 2 gut aber ich würde sagen für die erste Folge war es dann damit und ich würde sagen sehen wir uns das nächste mal bei Tetris wieder ja würde ich sagen bis die Tage bis halt Pokémon kommt und dann würde ich sagen bis zum nächsten mal tschau tschau tschau